besoffen zu kämpfen ist total bescheiden schweres tauchermesser das ist doch mal interessant wie lange brauchen wir dafür noch nach falscher seite viel zu lange noch irgendwie das gefühl dass sie sich gegenseitig auffressen die lappen komm 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 hier schenke ich dir man kriegt aber auf jeden fall mehr hp wenn man die direkt tötet also ohne überfahren ich glaube wenn er bruch steht dann bricht man dem was und wenn er steht schnitt dann schneidet man den was ab das ist ja mal interessant komm schauen wir erstmal hier oben was da oben ist ach geh weg ne komm wir gehen jetzt zurück wir kommen sowieso wieder an und dann haben wir wenigstens ein auto oder was ist da oben noch kann man da rein jawoll oh oh aber ich möchte mal echt wissen wie diese seuche hier auf diesem planeten gekommen ist was ist das denn drogen jeder braucht drogen ein lappen ein lappen für die lappen ein fakt wir müssen was diese sammlerstücke bringen irgendwie scheinen die nicht viel zu bringen naja gucken ob das geht ich steige jetzt absichtlich wieso ist das kaputt ja geht ups ich glaube ich habe mich verfahren echt arschloch so komm hier steigen wir mal aus ach komm jetzt warten bis du hier ankommst komm erstmal kicken wir dich um komm jetzt komm 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 ich werde dich auch schon wieder rächer nach hier bist du schenke ich dir Fall niemals eine Frau an So Jetzt haben wir hier einen Baseballschläger Mache ich doch selber, Jessica für dich doch immer Ich schrei doch nicht so rum Ich komme doch schon Ja, Geld Hallo Gefinde darfst behalten Sehe ich genauso Komm, ein to go So, Jessica Bin schon für dich da Wenn ich herausgefunden habe, wie man reinkommt Muss das Auto wegfahren, oder was? Kein Problem Bin so unfähig So Klar kann ich dir helfen Ja 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 My name is Roger, brothers. And this is my wife, Jess. We were driving like a bad out of hell. When I saw that broke down car, part of me said, forget about it. But I couldn't... I couldn't do that. I live with myself. So we stopped to see if we could help. The driver must have been in shock or something because he threw himself at us like a crazy guy. I had to kill him. But this was self-defense. I was protecting myself. You have to believe me. But you know what? You took a bite out of me, man. Shit. I think I got whatever he had. Rabies, I don't know, fuck. Who the hell knows? But can you get Jess out of here? If I start to lose it, I don't want to bloody hurt her. All right. Amen. Thanks. Thanks. You should take her to the lighthouse. My brother James should be there. He'll take her in. What is happening here? What is happening here? What is happening here? Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. Die List will fast so viel wie ich. Wasser. 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 Müll. So. Zum Leuchtturm will die alte gebracht werden. Sorry. Und wenn ich mich wieder umdrehe, ist ja schon Monster. Ach, die Halskette. Hier, wie soll's mitkommen? so mit kommen schneller 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 wo ist eine zombie hin? ein radio wäre cool, aber das ist wahrscheinlich auch schon von uns da befallen alle neun pins ein spare lass mich rein so, wir parken direkt wieder gescheit irgendwie ne, die sind alle tot dumme kuh so, rede mit jessica ach, du bist schon ausgestiegen wann hast du das denn gemacht? thank you kannst du auf meinen husband checken? ich wusste das irgendwie Doppelklinge warum wusste ich das noch? komm her, ich brauche ein paar Sachen zu verkaufen verkaufen holzbrett kannst du haben wesenstiel kannst du haben baseball schläger die ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht so, Hackmesser Stufe 3 Messingschlag komm, brauche ich eh keiner mehr 6 mal Alkohol Monokoff bla 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 woher hab ich das so war der nicht eben noch blau? ne, mein alter Fahrzeug war blau so, dann schauen wir mal nach deinem Mann der mich wahrscheinlich jetzt umbringen wird wer wollte die Kette haben? es war doch oben einer oder nicht? oh, wo kommst du denn her? alter Mensch, was für mein schönes Auto kaputt also irgendwie die Lenkung ist so ein bisschen wie sagt man Scheiße so die Halskette war doch hier oben irgendwo drin oder nicht? Alter wenn das Auto nicht gleich kaputt ist und explodiert so, drehen wir mal rum 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 Stab ganz ruhig zu bleiben Tor ich hab mich vor raus zu gehen so du 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 so wolltest du die Kette haben? all those passengers ach ja du wolltest du warst das mit dem maybe there's something useful maybe maybe auch nicht hier du warst das doch mit der Kette, oder? nicht? wir wollten nochmal die Kette haben wir wollten nochmal die Kette haben weißt du das nicht? mein Schatz war's doch noch bring jerry mir die Halskette geanini oder sowas hallo bist du geanini? irgendwie nicht ah war das doch unten die hab ich mein Auto ganz und sonst kaputt gemacht hast du wieder was verloren oder was? sooo da ach komm ich kann nicht mehr bremsen ups gelogen ah die bremsenversagen na irgendwie wird der witz alt ups hab ich nicht gesehen hm also mit Auto macht es auf jeden Fall Bock hier durch die Gegend zu düsen Tor auf! so 16 Meter? ach das war da drin ne? sooo ja das ist es oh vielen Dank vielen Dank vielen Dank vielen Dank vielen Dank vielen Dank so hui so wer hat hier noch irgendwas questmäßiges anzubieten hier ist niemand mehr erstmal zur bergbank zack sooo eigenhau hack